Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Blow Tech Hunter Staffel 2. So gut Leute, ich breche das gerade noch nachträglich ein, um euch ganz kurz einen kleinen Überblick über das Format zu geben. Und zwar spielen wir mit 20 Tribes und von Beginn an sind sämtliche Tech-Engramme freigeschaltet. Also man muss jetzt nicht erst irgendwelche Bosse töten oder so, um an die Engramme ranzukommen. Wir spielen auf der Ragnarok-Karte und überall auf der Karte sparen zufällig Tech-Snacks. Und diese Tech-Snacks gilt es sozusagen zu finden, einzusammeln und diese Schnecken generieren für einen Tribe, wenn er sie denn besitzt, Element als auch schwarze Perlen. Das heißt, darüber kann man dann das ganze Tech-Zeug herstellen. Und sollte ein Tribe 10 Tech-Snacks in den Tech-Schredder reinwerfen, ne, hier der Tech-Schneck ist ein Punktwert und 10 Schnecken sind dann 10 Punkte, triggert dieser Tribe das finale Event und muss dann 10 Ingame-Tage seinen Tech-Schredder vor den anderen Tribes verteidigen. So, okay, ich wünsche euch viel Spaß. Oh, ich bin übezittert, ich krieg dich mal die Karte-Einstellung ordentlich hin. Ich bin gespacht. Ich auch. Oh, ich seh dich. Ich seh dich. Lass mich ein, lass mich ein. Lass stehen, lass stehen, lass stehen. Okay. Ich lade dich ein. Ich hab dich, ich lade dich. Okay. Komm noch. Hab. Nice, nice, nice. Oh, ich bin so nervös. Lassst du den Spot erstmal laufen, sie dir, okay? Ja. Boah, Steine. Bin überladen. Ah. Ah, mir fehlt noch irgendwas. Tech fehlt mir. Da vorne ist jemand, pass auf. Scheiß drauf. Bin ich. Könnte ich sein. Sehst du das? Ja. Ich kann dich nicht einladen, ich bin nicht admin. Warte, ich lade dich ein, bleib stehen. Oh, nice. Okay, nimm an. Oh, ich bin so zitzrig an, das ist unglaublich. Angenommen. Das gibt's nicht. Ich hab was beide hochge... So, hier oben hat der Treffpunkt gewesen, ne? Okay, ganz ruhig. Hauptsache, ich hab so ein kack-mini-Ruckler hier drin, ey. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Oh, mir seh ich Damage-Zahn. Da seh ich jemand schwarz ist unten. Ist jemand schwarz von euch? Ich seh nix wegen dem scheiß Chatfenster. Ich weiß nicht, ob ich das richtige geskillt habe, ey. Kommt, wer schwarz ist? Ist nicht von uns, glaub ich. Nee. Der glaubt zu beamen. Was? Bei dir, hinter dir? Ich seh'n. Oh, ich werde auch schon angehauen. Ja, der ist jetzt hier bei uns, ne? Seid ihr weg, oder was? Ich bin weiter. Wieso sagt ihr nix, Mann? Sagt auch was. Ich bin noch nicht weiter. Soll ich dir hinterherlaufen, beam? Ja, lass weiterlaufen. Aber sie dir nicht weiterlaufen, ohne was zu sagen, ey. So bist du jetzt zu dir? Da, wo das Samt ist. Okay, alles klar. Okay, oder ankommen hinterher. Wir sind denn jetzt schon alle eingeladen? Hast du alle eingeladen, sie dir? Ich hab drei eingeladen, jetzt. Sind wir alle admin? Also wir sind zu dritt jetzt, zurzeit. Ihr seid admin. Okay. Eben, wo bist du jetzt lang? Am Strand? Ja, allein am besten. Du wartest dort und lädst nur Ryan und so ein. Okay, ich mach mit CD, versuche ich hochzukommen am besten. Jawohl. Ich komme zu dir, CD, okay? Ja. Ich seh dich. Alter, ich bin so nervös. Ja. Hier ist einer, der die ganzen Leute, die joinen, während sie joinen, bewusst tot auskommt. Wenn die Admins gleich was machen, sollen sie da machen? Ist doch okay. Also ist nicht okay, aber die Admins, Spektäter machen da was. Wir brauchen unbedingt Heid-CD. Ja. Sagt allen, wenn ihr da in der Nähe seid. Moment, ich muss mit dem Bogen machen. Ich bin jetzt am Wasser, an den Flüsschen. Hier hinter uns ist ein Dilo. Da wo 30er zum Zahnen kommen. Ja, dann lauf weiter nach neun, den Berg hoch, den Kübel hoch. Lauf dann hier hoch. Oh, warum bin ich denn nervös? Jetzt kommen wir weiter nach links. Was ist denn der Dilo? Sie sehen nicht? Hier vor mir. Wo bist du denn? Komm zurück. Da wo du hergekommen bist. Okay, alles klar. Dann zurück. Komm gleich wieder da. Ich mag gerade den Bogen. Wenn die Pfeile fällig sind, bin ich soweit. Ich weiß, es gibt immer noch einen Punkt Crafting Speed. Alter, es dauert mir zu lange. Wenn wir den Dilo haben, können wir sofort hochrennen, sie dir. Und dann sofort Schlafsäcke machen. Ich komme. Hast du schon gekillt? Auch nicht denn jedes Mal. Ich bin Viking Bay 3, ist doch richtig, ne? Dann rennen wir auch noch Sand. Alter, ich bin so am Zittern. Unglaublich. So, ich bin da, sie dir. Ich komme. Ah, der rennt weg. Okay, lass mir auch ein bisschen heil da, bitte. Ich habe nicht mal eine Axt. Okay, ich habe 400. Oh, okay, warte. Kannst du mir auch was droppen? Ich habe getroppt. Nein. Okay, direkt vor. Ja. Alter Schwede. Maulwaffen, wo bist du ungefähr? Äh, schwer zu sagen. Ich bin jetzt zweimal Viking Bay 3 gespawnt und ich kenne die Gegend gar nicht je. Ich bin nicht da am Fluss gespawnt. So einen kleinen Wassertümpel. Seid ihr, ich bin jetzt nochmal davor gelaufen. Ja, ich bin, ich sehe dich. Okay. Links, links. Warte, ich mache Schlafsäcke und Bolas. Alter, und Heidrissum will ich mir noch schnell machen. Dann kann man an sich schon loslaufen. Ihr versucht euch einzuladen. Jetzt seht ihr nicht, versuchen hochzukommen und ein Bett oben zu bauen. Oder vielleicht auch zwischendurch irgendwie, muss ich mal gucken. Ich darf da wieder hochladen, ja, wo du mich gesehen hast, wo ich gestorben bin. Ich bin wieder da oben. Ja, ich bin, ich hänge gerade jetzt zwischen zwei Steinen fest. Ich muss die eben abfahren. Ja. Oh, wo sind die Bohler hier? Alter. Ich bin nicht mal eine Axt gemacht, ey. Unglaublich. So, ich versuche noch gleich Betten zu machen. Hast du ein bisschen Auge, ob jemand kommt zu dir? Ich bin jetzt laufbereit. Okay, Moment. Oh. Betten, betten. Da vorne kommt irgendjemand. Ja, scheiß drauf, lass einfach weiter. Ich muss vielleicht noch was trinken, wenn es jetzt lange dauert. Ich muss gleich nicht sehen, ein Stein der Zappel. Das ist nicht so wichtig, ich laufe einfach weiter. Okay, ich habe halt nur noch 10% trinken oder so. Ja, noch nicht, noch nicht, aber gleich. Ich will nicht überladen sein, wenn der kaputt geht und dann angegriffen werden. Warte, ich mache auch noch Schlauzecke. Ach, scheiß, keine Stamina mehr. Brauchst Lederrüstung, hast du? Ich muss noch anziehen. So, ist er kaputt gegangen? Da ist einer, der einen Baum klopft. Okay, dann so weit kann man weitergehen. Die Tierespawn hier. Hab ich nicht gesehen. Ich komme wieder dahin, wo ich war. Ja, dann ein bisschen weiter nach links. Hallo, Saugus, links. Ich werde dich nicht mehr zu dir. Ich bin rechts rumgelaufen. Okay, ich laufe rechts rum. Rechts von den Adlern. Ja. Wir müssen den Spot bekommen, den Spot bekommen. Sag, wenn du Schlafsack setzt, okay, dann setze ich dort auch einen hin. Ich habe jetzt schon Durst, die Scheiße. Ist nicht gut. Das kann ich schnell machen. Das ist nicht so schlimm. Nee, aber dann, das ist ein paar Bären. Das dauert du bis dahin ein bisschen. Aber wo 30 Schaden ist. Nee, die 30 Schaden nicht. Nee, die sind so weiter oben im Berg. Also läuft einer den Berg hoch. Wird verfolgt mit jemand mit Picke. Nee, das bin ich nicht. Ich laufe wieder runter. Aber ich werde auch bald wieder angehören. Ja, ich habe sowas. Das Problem ist, dass ich jetzt damit nur bis langsam regeneriere. Bären. Bären und dann hinlegen. Ja, ich habe kommen Bären. Ja, also wir müssen uns einfach hochschaffen irgendwie. Ich sehe jetzt ein reißiger Schaden. Der ist sehr weit rein. Also ein bisschen zu weiter zurück. Wie gesagt, dieser kleine Tümpel. Und dann gerade den Berg hoch. So, ich habe kein Stamina mehr. Ich muss jetzt auch rausholen. Was fehlt mir denn für ein scheiß Bett, ey? Ich brauche nur Wood. Okay, wenn ich Wood habe, kann ich ein Bett bauen. Vondation. Habe ich Vondation. Meine Stamina ist auch alle. So, kann ich weitergehen? Warte, ich mache mal hier. Ich mache mal von Sälchen im Bett, okay? Ich platze hier auf jeden Fall in den Schlafsack, ja? Ne, ich mache richtig das Bett, dann können die Leute gleich auch nachkommen. Okay. Oh, ich habe was gehört. Bei mir ist Skorpion. Aber der kommt, glaube ich, nicht durch. Also bleib auf jeden Fall an mir dran, bitte. Ich bin schon oben. Ganz oben. Ja. Okay, ich laufe auch weiter. Also hinter mir ist auf jeden Fall gerade kein Spieler. Das ist schon mal gut. Ja, dann versuche ich jetzt noch höher zu kommen, um die Betten zu bauen. Ja. Sobald ich ein Dino sehe. Ich bin keine Tiere, das ist das Gute. Okay, Moment, ich mache schon mal vom Däckchen. Habe ich hier rein. Wo sind die Betten? Betten, Betten? Hier sind die Betten. Okay, warte, warte, warte. Ich muss gar nicht schnell was trinken. Ah, da oben ist dann gleich ein kleiner See. So, aber nochmal an die Zuschauer. Das hat alles ein bisschen ruhiger und wir müssen uns konzentrieren. Erstens bin ich übelst nervös. Wenn ich den zweiten ist, müssen wir unbedingt den Spot bekommen. Wir müssen unbedingt den Spot bekommen jetzt hier. Weil wenn wir den kriegen, wäre das großartig. Wir haben nämlich keinen Plan B. So, Stamina. Bist du schon da, sitz hier? Ja, fast. Okay, ich rechst Samina. Ich töte mich nochmal, ich weiß nicht, wo ich bin. Warte, dann baue ich jetzt ein Bett, Mauwurfen. Ich bin noch nicht bei euch. Mauwurfen, wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung, also an der Karte kann ich sie auch nicht erklären, weil das Mietzeichen ist ja ganz woanders. Ja, genau. Das Mietzeichen darf das nicht gucken, das ist Bucky. Ja, genau, deswegen sage ich ja, daran kann ich ja gar nicht erklären. Du kannst ja den Fluss, du siehst ja die Bucht, oder? Ja, die Bucht, die kenne ich. Aber ich kann anhand der Karte nicht erkennen, in welche Richtung ich da gerade bin. Das Wasser muss rechts von dir sein, dann läufst du Richtung unserem Spot. Genau. Und ich war irgendwo, war ich zwischen Gebirge und Wald und ich bin zweimal Viking Bay 3 gespawnt. Und zweimal in der Welt. Dann drück mal, wenn du neu spawnst, mehrere spawns durch, also ne, Viking Bay 1, 2, 3 und dann spawnst du bei 3. Na, ich probiere es gerade noch mal, ich bin schon tot. Und Ryan, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin neu gespawnt, aber du musst jetzt an einen Ort kommen, der findbar ist. Also, einfach geh den Berg hoch, auf der Karte bringt dir nichts. Du bist sowas wie ein Plateau, oder... Ja, genau, pass auf. Ich hab doch das Bild gepausert im Skype. Genau, wenn du diesen Wassertümpel siehst, dann siehst du... Jetzt hab ich's. Dann siehst du zum... Ach, bist du jetzt da oben gekommen? Ja, natürlich, die ganze Zeit schon. Ja, dann komm ich, da war ich doch gerade. Ne, du bist mir an mir vorbeigefahren, du bist rechts an mir vorbeigelaufen. Ich bin am Spot, ich hab was gebaut. Ja, ich komme. Also, ich war weiter links. Hier, ich bin neben dir, komm runter über ein Stück. Ich baue jetzt gleich zwei Betten schon mal hin, dann könnt ihr dann eigentlich herspawen direkt, wenn ihr wollt. Hinter mir, ah, da. Bist du, du siehst, ihr? An der Ecke? Das allererste Mal, ja. Alles klar. Oh Mann, ey, ich bin gerade so nicht so in der Lage, weil ich wütze da. Dann level mal. So, dann bauen wir hier erstmal schnell eine geschlossene Hütte da links hin, am besten aus Stein. Und dann baue ich dann los, würde ich vorschlagen. Besonders da mir nach weg. Ah, wir haben unsere Spot. Also, hier werden wir auf jeden Fall bauen, wenn wir jetzt nicht irgendwie noch weggekillt werden. Mich würde es aber überraschen, wenn jetzt hier nicht sonst noch jemand irgendwie bauen will, ehrlich zu sagen. So, mal auf, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe jetzt die Stelle gefunden, ich bin jetzt richtig gespawnt. Wie Betten hast du ja schon gesetzt zu dir? Nur eine. Ich bin jetzt unten am Treffpunkt links an der Klippe. So, wir haben jetzt drei Betten bei uns, direkt am Spot oben, Leute. Unten? Also, da einfach einladen, dann könnt ihr euch killen und dann seid ihr quasi ins denn bei uns. Das kam hier. So Ryan, ich baue jetzt hier zwei Storage Boxes. Und da alles reinhauen hier. Theorie nicht, kannst du einfach, mach einfach Stone, von der ich eine Wende und so. Mach am besten Wende, ich kümmere mich um den Rest, okay? So, bam, bam. Bei Wende brauche ich ungefähr 140 oder so. Weil André ist ja nicht dabei und deswegen baue ich diesmal Base. Das kann sehr, sehr interessant werden. Ich komme dir entgegen. Ich sehe dich. Weißt du das? Bei mir stehen? So gut ich Leute, ich baue jetzt die Base. Sie fangen jetzt an hier. So. So, das ist jetzt wichtig, das ist nicht für Kacke hier, dass wir das jetzt so ordentlich bauen. Ich habe mir extra den Punkt gemerkt, wo ich ansetzen will. Einfach da über den Fluss und dann... Ja genau. So, damit... Ungefähr... Wenn du willst, kannst du mal hier mit draufhauen, Maulhofen. Hier ungefähr, jetzt muss ich noch... Kannst du mir halt geben, damit ich mich um... Dass es parallel ist zu dem Wasserfall. Ja, das ist super. Perfekt. Das müsste ungefähr parallel sein, denke ich. Okay! Boop. Also hier kann ich dann brauchen wir mit dem Stein wegmachen. Vielleicht führe ich es noch ein bisschen weiter hinten an. Wollen wir mal so weit, würde ich sagen. Jetzt kann ich hier weiter. So, und jetzt hier muss ich erstmal mit Zeeling arbeiten und Pillars. Okay, jetzt Piller, Piller, Piller. Das wird jetzt lustig, ey. Das würde noch keine einzige Schnecke bisher gefunden, witzigerweise. Das Problem ist, hier die Bäume kann man nicht abbauen, den kann man abbauen da vorne. Exidium wurde gespawnt. Nein! Irgendwo ein bisschen Leder? Ja, einfach die Pinguine töten. Okay. Wie die Idee? Hält mir. Ja. So, okay, jetzt müsste ich eigentlich schon wieder vielleicht sogar eine Foundation ersetzen können. Geht so, gell? Nice. Einfach durchspielen, das mit Saber. Ich hab da auch den Fortschuss geholt, aber dann hab ich die Menschen gesehen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal so zugebaut, dass die Leute, wenn sie jetzt angreifen, das nicht mehr wegbekommen. Das ist schon mal gut. Ich hab zwei Fortschüsse. Ja, ich baue die erstmal da klein rein. Ich versuche es schnell zu machen. Es dauert halt trotzdem eine ganze Weile hier irgendwie. Ich wurde gefunden. Ich wurde gefunden. Uuuu. Ich wurde gefunden. Tribe of Stormtrooper B hat, äh, Geralt gefunden. Okay, die erste Schnecke wurde entdeckt hier mit. Mhm. Das ist, glaub ich, hier Empire. Ja, ja. Ja, das kann sein. Wir sollten uns auch bald mal umbenennen. Ja, wenn wir dann Ruhe haben, können wir das machen. So, sie liegen, sie liegen, sie liegen. So, jetzt mal gucken. Hm, hier weiter. So. Das ist noch viel, viel schneller hochgekommen, wenn es weiterfällt. Ja. Naja, aber ja nur keine Dinos da waren. So, da ist schon mal einiges drin, da kannst du schon mal gerne rausnehmen. Wände, oder? Ja, und auch ein paar größere Dino-Gates und, uh, ein paar normale Türen. Okay. So, sie liegen brauche ich noch. Guck mal, ich habe eine Brücke gebaut. Nice. Supi. So, ich würde mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob ich einen Einzeiter hinten gerne hätte. Ich teste es mal eben. Ich habe halt. Ich habe mich reingelegt. Ich gucke mal eben, wie weit das jetzt ist. Hier würde ich auch noch von Dänchen hinbekommen. Okay. Eins, zwei, drei. Mach mal lieber so hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh. Ich habe nicht erzählt. Ja, nehmen wir das hier jetzt glaube ich auch von... Ist das von Dänchen? Ich weiß keine Frage. Ich wurde gefunden. Du, Maribel. Romani. Zwei. Ist zockig. Ja, krass ey. Ist schon die zweite Schnecke, die entdeckt wurde. Ja. So gut. Ich baue jetzt Wände. Gute Zeit. Na, was sind sie denn? Erster Stamm. Okay, ich brauche deutlich mehr Ryan. Deutlich mehr. Ich mag deutlich mehr. Gut. Ähm. Vielleicht lasse ich mal drinnen. Überladen bin ich auch nicht. Okay. Sollen wir ein paar Blumen essen? Ey, die Blumen bringen auch was gegen Hunger. Warte, werde ich sie hier rausgefunden. So, okay. Dann setzen wir mal an. Bam. 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 Yep. Amen. Oh, ich will auch eine finden. Meine Güte, das wirst du nicht. Ja gut, aber wie soll ich eine finden, wenn ich die ganze Zeit hier rumhocke? Das muss man jetzt hier schnell abschließen, das geht nicht anders. War schon mal Nacht gewesen eigentlich? Nee, noch nicht. Nein. Okay, dann geht mal ganz gut in der Zeit, glaube ich. Da sehe ich da etwa eine Tech-Snack. Wirklich? Wirklich? So weit ich... Huuu, Gandolf! Hör damit, wo waren die? Wo bist du? Hinter dem Eisberg. Hinter dem Eisberg, okay nice. So, jetzt bin ich ganz nervös, ähm... Was wollte ich machen?